Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Case Tester Blog. Im heutigen Video geht es einmal um zwei neue Höhen des Herstellers Rocks. Viele hatten schon in den Kommentaren bei YouTube darüber geschrieben, dass es hier neue Höhen gibt und ich die unbedingt mal testen sollte. Geschrieben wurde mir auch per Mail. So, dann habe ich mir die ganzen beiden Höhen mal bestellt. Und zwar ist das einmal ein Clear Case neu und einmal ein Slim Case, nennen sie das. Hier ist einmal das Clear Case. Ich zeige euch das mal schnell. Das schaut so aus. Neuartig ist hier dran, dass es eine Glasrückseite hat, ähnlich wie Panzerglas. Und hier haben wir einmal das Slim Case. Das ist ähnlich wie diese ganz dünnen Höhen, die ich immer in meinem Test hatte. Aber das Ganze hat diesmal einen In-Schutz und hat auch einen Display-Schutz. Soll komplett neuartig sein. Ja, als Testgerät habe ich hier das iPhone 11 Pro. Damit testen wir die Höhen mal. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit dem Slim Case und dann machen wir das Ganze nochmal mit dem Clear Case. So, das Slim Case habe ich auf Amazon bestellt für 17,90 Euro. Und das erinnert halt wirklich stark an solche Dinge hier, diese ultra-dünnen Höhen. Zum Beispiel vom Top-ACE. Die sehen normalerweise so aus, haben halt keinen In-Schutz und haben auch keinen Display-Schutz. Das macht diese Höhe hier ein bisschen anders. Deshalb ist die auch ein bisschen höher. Ja, starten wir mal direkt mit den Vorteilen. Ihr habt hier auch ein Hard Case. Ihr seht, ich kann es nicht zusammendrücken. Heißt, fällt euch das Ganze mal auf die Kante. Der Schlag wird nicht direkt ans iPhone weitergegeben, sondern wirklich vorher bricht die Hülle. Und dadurch ist sowieso der ganze Schlag absorbiert. Ihr habt hier zusätzlich noch einen In-Schutz, wie ihr sehen könnt. Das heißt, kommt hier mal irgendwas zwischen, wie ein Sandkorn oder sowas, wird das hier einfach festgehalten. Und zerkratzt euch nicht einfach die Rückseite und bemerkt des iPhones. Ihr habt auch einen Display-Schutz, den zeige ich euch mal. Der ist wirklich gut gemacht. Auch wenn ihr hier ein dickes Panzerglas drauf macht, ragt das Ganze noch schön herüber. Einen Kameraschutz habt ihr auch drin. Ihr seht das Ganze hier, so eine kleine Erhöhung um der Kamera herum. Das heißt, legt ihr das Ganze mal so hin, kann die Kamera nicht zerkratzen. Was haben wir noch? Ja, das Ganze ist sehr dünn, wie man sehen kann. Hier fällt wirklich kaum auf, dass man eine Hülle drum hat. Das Material ist angenehm. Das ist Polycarbonat, steht im Internet. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein Plastik-Gemisch oder sowas. Es fühlt sich aber nicht billig an. Das ist so ein bisschen angeraut. Es fühlt sich eher hochwertig an. Ja, das Ganze ist noch komplett geschlossen. Ihr seht, hier liegt nichts offen. Normalerweise sparen diese Ultradünnen gerne mal hier irgendwas aus. So wie man zum Beispiel auch hier sehen kann. Hier wurde komplett das Ding ausgespart. Hier ist wirklich alles geschlossen. Das Ganze passt natürlich auch mit großen Panzergläsern. Die Aussparungen sind gut getroffen, wie man sehen kann. Hier wird nichts verdeckt. Die Lautsprecher sind hier einzeln ausgespart und nicht komplett, wie das zum Beispiel auch hier der Fall ist. Und die Knöpfe sind leicht bedienbar und haben auch einen guten und hörbaren Druckpunkt. Ja, Nachteile gibt es hier nicht. Viele kennen wahrscheinlich die Silikonhülle von ROX. Da wurde öfters Staub angezogen, habe ich so gelesen. Ich habe es auch selbst mitgekriegt. Mich hat es nie gestört. Hier wird auf jeden Fall kein Staub angezogen. Und das war auch der einzige Nachteil bei der Silikonhülle. Deshalb gibt es hier also keine Nachteile. Also ich habe auf jeden Fall keinen gefunden. Ja, das war das Nim Case. Kommen wir mal zum Clear Case. Und was ich noch ganz vergessen hatte, nochmal zu dem Slogan, dass es diese Hülle weltweit nur einmal geben soll. Ich denke mal schon, weil bis jetzt hatte ich wirklich nur solche Hüllen hier, die halt keinen Displayschutz und keinen Innschutz haben. Und das ist wirklich die einzige Hülle, die ich bis jetzt überhaupt mal im Internet gefunden habe, die so einen Schutz hat. Das heißt, wollt ihr eine dünne Hülle haben mit halt diesen Schutzmerkmalen wie Innenschutz und Displayschutz, dann würde ich euch die auf jeden Fall empfehlen. So, weiter geht's mit dem Clear Case. Clear Case, das kostet auf Amazon 14,90 Euro. Weil ich noch vergessen hatte zu sagen, bei denen im Shop gibt es die Hüllen immer 1 Euro günstiger. Also wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann geht mal da rein. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Ja, so schaut das gute Stück aus. Starten wir mal direkt mit den Vorteilen. Auch hier habt ihr ein Hard Case. Ihr seht, ich kann es nicht zusammendrücken. Die Rückseite ist hier wie so eine Art Panzerglas gemacht. Und die Ecken, die sind hier aus so einer Art Hartgummi. Das heißt, auch hier habt ihr den guten Effekt, wenn das Ganze mal wirklich runterfällt. Hier wird der Schlag absorbiert. So, machen wir mal weiter zum Displayschutz. So, hier haben wir ein bisschen anderen Displayschutz. Ihr seht wirklich nur diese Kanten hier gehen über das Display. Das heißt, beim Wischen werdet ihr nicht gestört, wenn ihr von oben nach unten wischt oder sonstiges. Und, man hört es auch, das liegt auf der Hülle und nicht auf dem Display. Auch einen Kameraschutz haben wir hier. Nicht diesmal direkt da rum, sondern hier die Kanten, die sind erhöht. Auch hier kann man das Ganze so hinlegen. Da geht nichts kaputt oder wird es zerkratzt. Ja, eine Anti-Gelb-Rückseite habt ihr hier. Das ist nämlich das Schöne daran. Ihr kennt diese günstigen, wabbeligen Silikonhüllen. Die werden nach einer Zeit oder nach ein paar Wochen schon richtig gelb. Hier habt ihr halt so eine Glasrückseite und die kann nicht gelb werden. Vielleicht mit der Zeit werden die Ränder gelb. Bei mir ist es bis jetzt noch nicht passiert. Aber schaut mal bei YouTube nach. Da gibt es so coole Videos. Könnt ihr solche Laugen anfertigen mit ein bisschen Chemikalien oder weiß der Geier nichts, was nichts gefährlich ist. Könnt ihr das Ganze mal reinlegen und danach sehen die Dinger wieder aus wie neu. Ja, das Ganze ist sehr dünn, wie ihr sehen könnt. Auch hier habt ihr nicht so einen dicken Klopper. Weil sonst hat man immer so diese Hardcase-Rückseiten von Spiegen zum Beispiel. Aber da habt ihr halt einen richtigen Backstein in der Hand. Und hier ist das Ganze wirklich extrem dünn gehalten. Ja, das Gefühl in der Hand ist auch richtig hochwertig durch diese Rückseite aus Glas. Weil es fühlt sich einfach nicht billig an oder nach Gummi an oder sowas. Man hat immer noch ein schönes Gefühl. Das Ganze ist auch hier komplett geschlossen. Ihr seht, die Lautsprecher-Aussparungen sind wieder einzeln gemacht worden. Und die Knöpfe sind verdeckt. Hier natürlich passen auch große Panzergläser drauf. Da wird nichts an den Seiten wieder hochgedrückt von der Hülle. Und die Aussparungen sind auch alle gut getroffen. Hier werden keine Lautsprecher verdeckt. Und zum Schluss die Knöpfe. Auch hier wieder ein sehr guter Druckpunkt und auch ein hörbarer Druckpunkt. Ja, das waren die Vorteile. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Es steht kratzfest, aber ich habe mir hier schon einen Kratzer reingauen. Ich muss mal gucken, hier oben ist er. Wenn man ihn sieht. Da müsste man ihn gerade sehen. Ich habe das Ganze auch schon mal ausprobiert. und mit einem Schlüssel hier drüber gehen. Also ihr hört es. Aber hier kommen keine Kratzer. Ich weiß nicht, wie ich mir diesen dicken Kratzer da reingehauen habe. Das ist wahrscheinlich so, wie bei Handys auch. Man passt die ganze Zeit auf und irgendwann, bumm, hat man einen dicken Kratzer drin. Ich denke mal, hier ist das auch irgendwie so passiert. Schade, weil wenn man wirklich mit einem Schlüssel drüber geht, da bleibt nichts an Kratzer. Zweiter Nachteil. Ihr müsst das Ganze vorsichtig abheben. Weil, hier ist auch irgendwie so eine Beschreibung mit bei. Da wird gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Weil es ist halt so eine Art Panzerglasrückseite. Und Panzerglas kann natürlich auch kaputt gehen, wenn ihr das Ganze ein bisschen zu sehr biegt. Deshalb seid ein bisschen vorsichtig, weil die Dinger können natürlich auch splittern. Nächster Nachteil. Ein Endschutz fehlt hier. Hat keine transparente Hülle auf der Welt, so wie ich weiß. Deshalb muss man aber sagen. Und das Ganze, wie ihr seht, natürlich Fingerabdrücke. Hier muss man öfters rüberwischen. Aber das haben leider auch alle transparenten Hüllen. Ja, das war meine Vorstellung von den beiden neuen Höhen. Ich finde sie eigentlich ziemlich cool. Ich werde, denke ich mal, die beiden auch behalten und weiter testen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Werdet Abonnent. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.